Spezial Führerstandsfahrten Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Kasi Brickborn und im heutigen Video gibt es mal kein Stadtupdate, sondern wir machen einfach mal ein paar Führerstandsfahrten. Also viel Spaß. Kasi Brickborn Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, aktiviert das Blöcklein und schreibt einen netten Kommentar. Dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Startupdate weitergeht. Ich hoffe, euch hat es soweit heute gefallen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.